Und ich komme tatsächlich auf genau das gleiche Ergebnis. Und dann Moinsen zu einem Video zum Thema Abstiegskampf, wo wir ja auch als VfB noch voll mit drin sind. Ist ja logisch, wir haben jetzt eine kurze Durchschnaufpause, kurze Länderspielpause. Können wir ja auf den Stand der Dinge gucken nach 27 Spieltagen und auch eine kleine Prognose wagen, werde ich hier im Video. Wir gucken mal, Bochum, Elfter, Wolfsburg, Zwölfter, Gladbach, Dreizehnter und dann kommen eben die vier, auf die ich mich hier hauptsächlich konzentriere. Wir, Stuttgart, Augsburg, Hertha, Bielefeld und dann eben noch auf 18, Kreuter, Fürth. Wir sind gerade die formstärkste Mannschaft. Acht Punkte geholt aus den letzten fünf Spielen, dadurch gerade Vierzehnter, 26 Punkte, punktgleich mit Augsburg und auch Hertha. Aber das Torverhältnis ist am besten und im Vergleich mit Augsburg eben auch quasi mehr geschossene Tore. Deswegen sind wir auf 14 und die auf 15. Restprogramm ist wie bei allen Klubs recht happig. Wir haben ja durchschnittlich neunter Platz, zehnder Platz als Gegner quasi. Bei allen so durchgängig, bei allen vier Klubs, die ich hier ansprechen werde. Und jeder hat auch so zwei, drei Partien, wo man trotzdem sagt, da sollte was gehen. Und da entscheidet sich es vor allem auch. Direkte Duelle bei uns, direkt Bielefeld auswärts nach der Länderspielpause. Wir haben Hertha noch auswärts und bei uns natürlich auch. Wir haben ein Auswärtsspiel mehr als ein Heimspiel. Natürlich auch immer schöner, viele Heimspiele zu haben am Ende mit den Fans im Rücken. Augsburg, vier Punkte geholt aus den letzten fünf Spielen. Jetzt die erste direkte Duell gegen uns verloren auf Platz 15 aktuell. Die haben sogar noch acht Spiele. Das ist doof für uns alle anderen, weil die noch ein Nachholspiel haben, nämlich gegen Mainz zu Hause. Und auch die direkte Duelle Hertha zu Hause und letzter Spieler zu Hause gegen Fürth. Die haben sogar fünf Heimspiele dadurch, durchs Nachholspiel, nur drei auswärts. So ein kleiner Vorteil, würde ich fast sagen. Hertha BSC, drei Punkte geholt aus den letzten fünf Spielen. Das war jetzt dieser neue Trainer-Effekt, wenn man so sagen kann. Magath ist da oder Fotheringham war es ja an dem Spieltag, weil davor vier Niederlagen am Stück. Mal gucken, ob sich dieser Hoffenheim-Sieg, diese Leistung da bewahrheitet in den nächsten Spielen. Jetzt kommt dann gleich ein Prognose-Teil noch ein bisschen mehr zu tragen. Natürlich auch Platz 16 aktuell, Relegationsplatz. Und die haben wirklich ihre Crunch-Time im April grob drei Spiele am Stück. Augsburg auswärts, zu Hause gegen uns, gegen den VfB und auch Bielefeld auswärts. Da kommt es halt komplett drauf an. Bei der Hertha und Bielefeld aktuell auf Platz 17. Hat auch nur drei Punkte aus den letzten fünf Spielen. Und das ist eben auch schon quasi fünf Spiele her. Vier Niederlagen am Stück, da läuft es nicht so ganz. Haben wir nächsten Spieltag, wie gesagt, Heimspiel gegen uns, direkt das Duell. Und haben auch noch die Hertha zu Hause. Kommen wir zum Prognose-Teil. Natürlich sehr schwer, aber ich wage mich trotzdem mal dran. Hab bei jedem Klub, bei jedem von den vier Klubs, mal so gute und schlechte Punkte quasi aufgelistet. Beim VfB haben wir gerade einfach aktuell kann man viel listen. Den Trend aktuell, die Punkte, die wir holen, die Leistungen, das Team, die Teammoral. So Geschichten kannst du gerade absolut listen. Und bei uns eben auch, du hast vor allem so drei klare Spiele, wo du punkten kannst und musst. Bielefeld, Hertha, Wolfsburg, wenn du die alle holst, dann bist du bei 35 Punkten. Und dann ist das Thema fast gegessen wohl in diesem Jahr oder könnte gegessen sein im Abstiegskampf. Und eben auch das Torverhältnis spricht gerade für uns, aber natürlich auch gerade eben, wie es läuft. Formstärkstes Team aktuell, schlechte Punkte oder so ein bisschen, ja was heißt schlechter Punkt. Aber wir hatten in der Hinrunde gerade viel Schwächelei gegen direkte Gegner, bei direkten Duellen. Das hat sich jetzt ein bisschen gelegt. Gladbach, Augsburg, alles wichtig gewesen, gewonnen und so. Aber als VfB-Finn kriegt man die Vergangenheit auch nicht so ganz raus. Man kann sich nie zu sicher sein bei dem Verein und bei uns auch. Es sollte weitestgehend oder weitgehend vor dem vorletzten Spieltag durch sein, die Saison nicht durch. Aber mehr oder minder, dass du immer noch in Reichweite bist oder halt ein bisschen Punktevorsprung hast, weil dann spielst du bei den Bayern auswärts. Danach zu Hause Köln im letzten Spieltag ist auch nicht so easy. Meine Prognose hier, wir bleiben als 15. direkt drin. Augsburg, die haben noch das Nachholspiel. Das ist sehr groß für die. Letztes Spieltag gegen Fürth, wenn es da noch um was geht, haben die nur rein tabellarisch die größte Chance, außer auf da drei Punkte mitzunehmen im letzten Spieltag. Und auch da, die sind einfach Abstiegskampf erfahren. Die sind seit Jahren drin, seit 10, 11 Jahren. Das ist Wahnsinn, die halten sich immer irgendwie drin. Das ist einfach ein Pluspunkt für die, ein guter Punkt. Schlecht natürlich, wie bei uns allen. Ist ja alles ähnlich, aber natürlich auch ein ordentliches Restprogramm am Start. Und eben, es soll auch nicht gemein klingen, aber sie haben Markus Weinzell als Trainer, der auch mit uns schon quasi abgestiegen ist. Ich gebe da Nico Willich nicht die Schuld für. Das war Weinzellers Werk oder auch Korko davor noch. Schwierig, aber Weinzell ist, glaube ich, nicht unbedingt ein Pluspunkt als Trainer im Abstiegskampf, was zumindest seine letzten Trainerpositionen angeht. Trotzdem tippe ich auch mit im Nachholspiel. Die haben noch genug Möglichkeiten. Sie bleiben als 14. direkt drin, die Augsburger. Hertha BSC. Guter Punkt, Pluspunkt, neuer Trainereffekt. Sie gegen Hoffenheim. Hätte ich denen im Leben nicht gegeben. Ich dachte, das verlieren sie auf jeden Fall. Haben sie geholt. Individuell ist das auch an und für sich keine Kackmannschaft. Die wollen ja auch höher hinaus. Das ist schon okay, was da auf dem Platz rumrennen kann an und für sich. Man muss nur als Team halt zusammenwirken. Und eben auch diese direkten Duelle Augsburg, wir und Bielefeld. Drei direkte Dinger am Stück. Da kannst du halt sehr, sehr viel retten in der Saison. Schlecht natürlich, quasi genau der Gegenpunkt, war es eben nur dieser neue Trainereffekt. Kann die Hertha weiter so gut spielen wie gegen Hoffenheim? Oder verlieren sie wieder in Leverkusen am nächsten Spieltag? Das bleibt abzuwarten. Das kann ich hier nicht groß prognostizieren. Weil eben auch vor Hoffenheim, es gab vier Niederlagen am Stück. Eigentlich läuft es nicht so bei der Hertha. Auch die gesamte Saison natürlich nicht. Sonst würden sie nicht da unten stehen. Und eben auch wieder der Gegenpunkt zum guten Punkt. Diese direkten Duelle müssen halt sitzen. Weil der Rest ist auch wieder ordentlich. Das Restprogramm. Für mich mein Tipp, die Hertha darf oder muss, wie auch immer, am Ende in die Relegation. Arminia Bielefeld, da geht es von Beginn an als Pluspunkt, würde ich fast sagen. Von Beginn an nur gegen den Nichtabstieg. Nichts anderes. Die wissen, worauf es ankommt. Und immerhin haben sie auch noch ihre zwei direkten Duelle vor sich. Trotzdem, jetzt aktuell vier Niederlagen am Stück. Ein sehr, sehr hartes Restprogramm. Und auch so ein bisschen, das ist mein typischer Statistikpunkt. Den muss ich einfach immer mit reinbringen. Deswegen, normalerweise steigt meistens ein Aufsteiger von vor zwei Jahren quasi im zweiten Jahr ab. Das schwierige zweite Jahr. Der VfB soll es natürlich nicht sein. Deswegen ist es, ja, könnte das Bielefeld treffen. Und ich tippe da auch fast drauf, dass Bielefeld jetzt als 17. den Weg direkt wieder runter muss. Jetzt kommen wir mal auch zu quasi ein bisschen Belegterem. Das war jetzt meine eigene Prognose, die ich auch vor diesem Teil jetzt gemacht habe. Nämlich, logischerweise, Kicker, Tabellenrechner sind wir reingegangen. Auch wirklich auf ganz trocken. Einfach die Dinger durchgetippt, wie ich es gerade vom Bauchgefühl her habe. Da ist es nicht so geguckt auf Torverhältnisse. Hauptsächlich auf Sieg und Genierlage. Und ich denke auch, auch wenn die VfB-Brille dabei war, klar, aber ich denke trotzdem, dass ich die gut ausgeplandet habe in den Tabellenrechner und eben auch realistisch getippt habe. Da natürlich auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Und auch in meiner Prognose, wurde es dermaßen eng? Eng wird es auch sein. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst da unten. Weil wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie mal Berlin irgendwo drei Punkte gibst, statt nur einen Punkt oder so in Bielefeld zum Beispiel, so Geschichten, da holen sie doch einen Dreier oder dann gewinnen sie doch aus Versehen gegen Hoffenheim. So rein aus der tabellarischen Sicht gegen Hoffenheim gewinnen die normalerweise nicht, deswegen aus Versehen. Dann steht die Tabelle wieder ganz, ganz anders aus. Aber meine Tabelle hat das hier ergeben. Wie auch, wie gesagt, unabhängig voneinander. Ich habe es danach gemacht, nachdem ich mir quasi überlegt habe, wer kommt wohin, wer bleibt wie drin. Habe ich erst danach den Tabellenrechner durchgemacht. Und ich komme tatsächlich auf genau das gleiche Ergebnis. Augsburg, 14. Und am Ende 35 Punkte. Also holen sie noch 9 Punkte aus den 8 Spielen, die sie noch haben. Wir auf Platz 15 holen noch 8 Punkte. Kommen auf 34 Punkte am Ende des Tages. Die Hertha holt noch 6 Punkte. Kommt auf 32 Punkte und auf Platz 16 Relegation. Und Bielefeld tatsächlich krasserweise, aber keine Ahnung, so krass unrealistisch war es eigentlich gar nicht. Mal gucken, ob sie uns eines Besseren belehren können. Und tatsächlich nur noch einen Punkt aus den letzten Spielen. Und werden 17. mit 26 Punkten. Das ist meine Prognose. Ich hoffe, ich habe hier absolut nichts gechinkst. Auch in Sachen von unserem Klassenheit nichts gechinkst mit diesem Video. Gerne eure Meinung und Prognose zum Abschiedskampf in den Kommentaren. Können wir auch gerne diskutieren. Da unten miteinander ist ja ein schwieriges Thema. Trotzdem, ich glaube, das Ding ist gar nicht so komplett unrealistisch. Und uns als VfB-Fans würde es freuen, weil wir würden damit drin bleiben. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.